Endlich zurück! Kann ich irgendetwas für dich tun? Wie wär's mit einem Glas Arsen on the Rocks? Redet man denn so mit seiner neuen Partnerin? Hier ist Angela Chenning. Die Familiensaga aus den 80ern. Ach, bin ich froh hier zu sein. Auf eine lange und harmonische Beziehung. Ersticken sollen sie daran. Auf FalkenCrest. Wir sehen uns dann. FalkenCrest. Das Serien-Event. Jetzt exklusiv bei Passion. Die größten Liebesgeschichten aller Zeiten. Exklusiv bei Passion. Eine junge Nation voller Gegensätze. Sie sind der erste echte Südstaatler, dem ich hier begegnet bin. Und Sie mein erster Yankee. Eine tiefe Freundschaft, die gegen schwere Prüfungen bestehen muss. Was hier verkehrt ist, ist das ganze System, Ori. Ich habe die Nase voll von den Yankees, die hierher kommen und uns erzählen, wie wir unser Leben führen sollen. Eine tragische Liebe, die gegen alle Regeln verstößt. Ich lasse nicht zu, dass er unser Leben zerstört. Er würde uns jagen wie Sklaven. Wir haben wieder das juristische und auch moralische Recht auf unsere Seite. Aber wir haben ein Recht auf unsere Liebe. Ein großer E-Bus. Der Fernsehgeschichte schrieb. Ich liebe dich. Donnerstag 20.15 Uhr exklusiv bei Passion. Somebody loves me. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020